Das ist Max und das ist Ash. Und heute machen wir Real Food vs... Kennst du heute die Grüße noch? Das ist Max und das ist Ash. Hallo, das ist Max, mein großer Bruder. Und Ash, mein großes Vorbild. Okay, jetzt sind wir wieder da. Das ist Max. Und das ist Ash, das hatten wir auch eben schon. Okay, wie ihr seht, heute geht es ein bisschen, und heute wollen wir nochmal Just for Fun so ein bisschen die alten Videos nochmal nachstellen. Aber auch zusammen mit Real Food vs. Fake Food. Ich bin gespannt, was wir heute kriegen. Schreibt mal in die Kommentare. Ich habe eine Idee, wir können jetzt ein neues Format Alte Videos nachstellen. Und dann machen wir alte Videos nach, nur wenn wir älter sind. Das wird witzig. Schreibt mal rein. Sollen wir das machen? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, wann ihr unsere Videos guckt. Okay, ich würde sagen, wir können anfangen, oder? Los geht's. Bitte schön. So, äh, okay. Also, einer hat jetzt echtes Essen, also sowas, was man essen kann. Und der andere... Was ist das? Ist das nachher Plastik? Ist das irgendwelche guten... Vielleicht ein Spielzeug? Ach, vielleicht... Ach, wir schauen mal, was drin ist, ne? Okay. Wollen wir einfach so lassen, oder... Machen wir so ein Schere-Schein-Papier, oder? Schere-Schein-Papier. Wir machen random tauchen jetzt. Okay. Ich hab ihn überall verloren jetzt. Ist doch das gleiche, was ich vorher hatte. Egal. Hä? Ist ja... Nein, ist ja alles. Wir gucken mal, was drin ist, okay? Drei... Drei... Zwei... Du... Du... Hä? Zeig ihm jetzt mal deins kurz. Da steht schon mal... Hierbei... Er steht drauf... Ready to eat. Aber bei mir... Das sieht echt aus. Das ist echt. Junge, was ist das denn? Vorsichtig aufmachen oben. Ich hab's grad mal gelesen, was draufsteht. Da sieht man das? Nein, das sollst du nicht zeigen. Machen wir auf. Vorsichtig auf mal oben. Ja. Oh, Wrap-Socks? Das hört sich ja mega-wrappig an. Ich glaube, dein ist echt. Ja, meinst du richtig echt? Guck mal, wie echt das hier aussieht. Hey lol! Das macht man eigentlich anders. Echt? Man macht das einfach so. Ach so. Ich muss dir das mit hier aufklären, ja. Stimmt. Ach du Grün. Hier, Leute, der neue Socken-Wrap. Das kostet nur 5 Euro. Was hättet ihr noch im nächsten Video bekommen, ist mit Chicken. Als ob das halt einfach Socken sind. Ich so, sind da Socken drin. Nein, kann man die wenigstens anziehen? Also das sind normale Größen. Uff, uff! Hey Junge! 10 Euro, wenn du die irgendwann in der Schule trägst. Mach ich! Ja? Ich zieh sie. Hier nimm die. Ich zieh sie in der Schule an. Was ist das? Wer trägt die? Wer trägt die? Wer trägt die? Die gehen mir ja bis Wurst. Oh, der Wrap stinkt aber. Ich hoffe... Nimm mal ganz raus, dass der Wrap vorbei ist. Ja, sicher. Wenn er kein Fleisch tut, würde ich direkt essen. Das riecht so nach, ähm, Döner... äh, Jürgen? Probier mal bitte. Komm mal rein ordentlich. Ich muss sagen, die Wrap sind echter oder was? Ja. Das ist lecker bestimmt. Ich kann mal vorstellen, dass es schmatscht. Das ist safe. Und? Ich glaub, das ist voll geil. Ich fütte auch gerne rein, weil es noch mal... Ich dachte... Erstens Fleisch drin, zweitens ich hab die Socke gezogen. Okay, nächste Runde. Jetzt darf ich auch so rum. Okay, weil eben hast du so ein bisschen rumgemixt und so. Ich würde das übernehmen. Loll, guck mal. Oh! What? Das ist sogar noch... Eingepackt. Warte, lass mal so kurz. Jo, wahrscheinlich ist das doch genauso eingepackt. Okay, nächster Schritt. Einmal aufmachen. Zeig mal in die Kamera die Socken bitte. Was ist das denn? Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Schokoladensocken! Ich komm gerade nicht drauf klar, dass das wirklich so eine Schokoladentafel als Socke ist. Probieren wir mal ein Stück Schokolade. Das ist bitter, die ist eklig. Hä? Das ist doch nicht irgendwas, was voll lecker ist. Ich glaub, Haselnusscreme oder so. Boah, aber... Ja, okay, also schmeckt... Also geht. Geht. Schmeckt deine Schokolade auch? Gibt's da was anderes außer Socken? Das weiß ich noch nicht. Ah, okay. Jetzt baue das noch nicht, ne? Okay. 3, 2, 1... Brabum! Hau rein! Nein, nein, nein. Wir machen das schon ganz ordnungsgemäß hier. Aber ganz ehrlich... Mach mal auf. Nein! Ey, Sushi ist doch dein Lieblingsessen oder nicht? Also ohne Witz, das ist echt heftig. Nein, nein. Sieht genauso aus, ne? Also könnte echt Sushi sein. Auf der Rückseite steht sogar Sushi Socks... äh Socks Box. Sushi Socks Box. Ja. Was ist das für ein Begriff? Ja, ne? Ja, ne? Mach mal auf bei dir und probier mal bitte. Sogar... Was ist das? Reis oder was? Äh... Ein bisschen Wolle, falls nachher die Socke nicht mehr... Ja, keine Ahnung. Das sind doch nicht mehr Socken. Das sind... Da steht doch drauf Socken! Doch, das sind Socken! Das sind sogar Socken! Das sind sogar Socken! Kann ich hier haben? Jetzt hätte ich doch noch gerne... Die gehen voll stark! Aber das Witzige! Ja, du kriegst einen, ich kriege einen oder was? Mach mal deinen Sushi auf! Ja, probier mal deinen Sushi! Guck mal! Sogar so eine Soßenbox ist da drin, leider nichts drin. Aber vielleicht soll da die Soße rein? Keine Ahnung, wofür das ist. Also Sushi gehört immer noch nie so zu unserem Lieblingsessen, muss ich ehrlich gestehen. Das wird es auch nie bestimmt. Nee. Guck mal, hier ist sogar was mit Thunfisch. Paprika. Vielleicht ist Sushi... Vielleicht ist Sushi selbst gemacht besser, als das, was da jetzt ist. Ich würde ja auch so gerne was probieren, ne? Aber ich habe es leider nicht gezogen. So, jetzt kommen deine chinesischen Ess-Skills raus. Ich würde einfach reinpiksen. Du sollst vielleicht mal ein anderes Stäbchen auch mal richtig halten, du. Das ist falsch schlimm. Ich möchte mal... Du bist mir gerade gut, nein! Go, Ash, go! Komm, Ash, schaffst du los! Was hast du überhaupt? Das ist irgendwas Leckeres. Ja, irgendwas Leckeres. Das ist Schokoladencreme. Go, Ash, go! Das sind Algen oder sowas. Ich sag doch nicht Algen, ich sag doch irgendwas Leckeres. Das ist... Reis. Reis mit... Gefärbte Reis mit Paprika. Reis mit... Fischhaut. Guck mal, da ist Reis drin. Reis magst du. Paprika. Älst du jetzt doch mal ein! Ne, ich habe es nicht gezogen, sorry. Ich kann leider nicht. Wollen wir reinhauen? Reinschauen? Reinhauen? Ja wahrscheinlich auch. 3, 2, 1! Boom! Wait. Wait. Das ist halt immer Pommes. Hey Ash. Willst du auch eine Pommes haben? Ne, war ein Witz. Ne, 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 ne. Ich hatte ja auch mal! Du hast deine Sockenpommes übrigens. Von wann sind die? Von gestern. Wir wollten gestern das Video aufnehmen oder war es vorgestern? Das war vorgestern. Nein, die sind noch gut. Die sind noch nicht... Die waren im Kühlschrank. Die packen. Die packen sie ein bisschen durchgesifft. Das ist immer fett. Ja, schmeckt auch aus. Wie am ersten Tag. Oh, lol! Ja, das sind ganz viele. Warte mal, das sind noch keine Socken, oder? Was sind Socken? Ach doch, die haben es eingekriegelt. Also schaut mal so, sehen die Socken aus. Hast du mal reingefasst? Mit Pommes. Ja, total kuschelig. Krass. Aber Pommes Socken, ey. Das sind zwei Pfadern. Mega fresh. Okay. Das eine krieg ich, oder? Okay, drei. Drei. Eins. Boom! Alter! What? Ich dachte gar nicht erst, ne? Hä? Auf allerersten Blick, das ist beides aber gleich. Ich hab jetzt sonst noch zur Auswahl das Bier gehabt. Kein Alkohol. Und hier steht sogar drauf, do not drink. So macht man die auf. Denkst du, wir haben keine Socken, oder was? Zitronensocken, oder Rangwurst. Zitrone. Schmeckt so. Oh, Zitrone pur. Aber ich würd sagen, nächste Runde... Sehr sauer. Ja, sehr sauer. So riecht's auch. Okay, ich würd sagen, ab in die nächste Runde. Augen zu, Augen zu. Wir sollen Augen zu machen. Ist Augen zu? Ja. Super. Und jetzt sagt ihr links oder rechts? Also erst Stukas entscheiden. Ähm. Heute noch? Rechts. Das rechte? Okay. Okay, drei. Zwo. Oh. Eins los. Pizza. Salami Pizza. Mach du mal deine auf. Ach, Salami Pizza. Ist die auch echt? Sind das keine Socken? Ne, sieht nicht so sockig aus, ehrlich gesagt. Salami Pizza. Aber... Komm schon, von weitem sieht es doch wirklich so aus. Das ist krank. Alles in einzelnen Socken. Wer gibt sich die Mühe und macht... Das? Wer gibt sich die Mühe und macht... Wer gibt sich die Mühe und macht sich einzig ein Stück hier also? Willst du ein Stück Salami haben? Das sind Socken, die so gefaltet wurden. Eck rein. Das ist also... Zeig dir mal, wie die aussehen. Weil die sind verschiedene Scheiben. Einmal mit Salamischeiben. Und Oliven. Oder so. Pass auf, wenn du willst, echte Salamischeiben drauf machen. Ich muss sagen, die Pizza ist super. Ja, ne? So, hier. Der ist schon gezeigt, ne? Genau, die grünen fehlen noch. Cool, zeig mal. Und die sehen so aus. Schön lustig für den Sommer. Hab ich die gerade seit 3, 2, 1? Ja, Entschuldigung. Nee, Ash ist geil für Ash. Ja, Ash, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Burger! Okay, warte, 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 warte. Wer? Was? Burger, da steht jetzt auf. Ich glaub, Max hat einen richtigen Burger. Haha, was? Ich hab den. Junge, das ist krank. Big. No joke, ne? Aber wenn du das irgendwo siehst, von Weitem weg. Ja. Der ist wie alt? 2 Tage. Ist heute frisch, frisch von heute gepflückt. Okay, Alter, wie viele Sachen sind das bitte? 10 Paar, oder was? Oh mein Gott. Oh, bisschen. Die ist sogar hart hier oben. Pass mal an. Das ist sogar richtig... Da ist irgendwas drin, sogar noch Füllung. Hä? Da kann man einfach nicht eindrücken. Oh mein Gott. Oh ja. Der richtig fetter Burger. Der wilde Big Mac. Junge, das ist ja... Hä? Alter. Nochmal ganz kurz. Krass, ne? Das sind einfach Socken. Okay, ich will mal gucken, wie viele Socken es hier sind. Kannst du noch diese Pause-Challenge, die wir mal gemacht haben? Oh ja. Der hat uns dann so in den Burger reingebissen hat und dann einmal stoppt, das Wasser läuft so vor irgendwie hier. Aaaah. Styropor. Styropor. Hast gedacht. Was auch sonst. Okay, eine Socke. Die sehen lustig auch. Das ist eine Tomatensocke irgendwie, ne? Was ist das hier? Rucola. Rucola, ja schon Salat irgendwie. Käse? Ne, oben das Brötchen. Das hier ist die zweite. Ein Paar haben wir schon mal. Okay, zwei Paar... Das sah viel mehr aus, ne? Aber okay, zwei Paar Socken sind hier drin. Wer kommt auf so eine Idee? Ich komme mir nicht drauf klar, dass es so eine Socken gibt. Okay, also ich würde sagen, Socken haben wir erstmal wieder genug. Jo, perfekt. Wir laden wir mal gleich schon ein bisschen auf. Okay, also ich würde sagen, schreibt mal gerne rein. Was war das krasseste Fake Food? Ganz ehrlich? Ich weiß... Ich fand den Burger ganz cool. Der Burger war krass. Und Pommes. Der war auch heftig. Pommes war auch nice. Ich fand das Trinken. Das Trinken, das war echt krassisch. Das war echt krassisch. Schreibt rein, was war das Geilste, was ihr denkt. Hähnchen und dann noch gummimäßig. Wahrscheinlich wegen dem Hochgummi, was ich abgegeben habe. Ne, ne, das schmeckt an sich so ein bisschen gummimäßig, aber naja. Jetzt hat jeder dem anderen eine von seinen leckeren Sachen abgegeben. Genau. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt hier vor unserer Challenge. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.